Oh, was haben wir denn da schönes? Ooooooh! Okay, okay, okay! Aber, wir haben noch die Mission! Okay, Zenuslehrling! Achso, das ist die mit dem Zenuslehrling! Achso, haben wir doch gehabt, das ist wieder was Neues, separates! Okay, dann können wir gleich die nächste neue Mission anreißen! Sehr gut, sehr gut! Können wir gleich das nächste anreißen! Na schau, da suchen wir wenigstens die anderen auch wieder! Immerhin! Servuslehrling! Sollte es bloß was? Sollte es definitiv reichen! Ich bin gespannt! Das wäre auch geil so eine neue Fähigkeit oder irgendwas! Das wäre extrem nice! Wenn man sagt, man macht das alles dieses jenes man erledigt den Boss und dann gibt's neue Fähigkeit! Boah, das wär's! Das wäre richtig geil! Das sagst du, okay, das zahlt sich dann aus! Ist das Ding funktioniert? Ich kann dich hören, Sabah! Ha, okay! Erstens... ...äh... ...ich muss über die Brücke... Ja... ...denkeh mal, denke mal! Denke mal, denk mal, da gibt's was! Ich hab mich zwar leider verdrückt, aber ich hab mir aber schon doch gehabt, den Witz was gegeben! Ha, 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 die Leiche! Das haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt! So was haben wir schon lange nicht mehr gehabt! So eine Leiche! Na, geh! Schaut schon mal wieder sexy aus! Na, halloo! Tegi! Wir machen definitiv weiter! Allein schon, der schaut schon mal die Himbrille so gut aus! Interessant! Was? Da kann ich nicht einfach nachsagen! Da kann ich nicht nachsagen! Oh, wie lieb! Geh mal rein in die Barten! Mhm! 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 Oh, sagen wir mal, ich weiß. Und tschüss. Haben wir eh noch? Wir haben es genug. Wir haben es genug, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das ist schon wie so ein Gesicht. Alles unter Kontrolle. Ist euch jetzt schon mal ein Riss. Passt, danke. Schau, wie er da oben extra wartet auf uns. Voll lieb, oder? Voll lieb. Ich muss ja extra noch den dunklen Riss aktivieren. Na, danke. Kontrollpunkte erobert. Super, jetzt muss ich wieder da drin picken, oder was? Das kann lustig werden. Ich bleib drin, mir ist wurscht. Ja, du und. Es wird immer weniger, danke. Dankeschön. Haben wir es? Haben wir es? Ja, fast. Fast, fast. Gut, gib ihm jetzt eine. Tschüss. Der ist so nervig. Der ist so nervig. Der ist so nervig mit seiner scheiß Huhnskugel. Passt. Einer weniger. Wichtig und richtig. Der ist jetzt dann mein nächster Kandidat. Wenn ich ihn triff. Wenn ich ihn triff. Ah, komm, 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 komm. Yes. Das war schon wieder wert. Das war schon wieder wert. Schmeckt, schmeckt, schmeckt. Die sind so nervig. Ohohohoho. Meja. Wichtig und richtig. Der Kreis wird auch immer größer. Gefällt mir. Gefällt mir schon mal. Sehr gut. Weil dann habe ich ja viel bessere Chancen als alles. Na, was sag mal jetzt dazu? Hä? 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 Nichts mehr? Nichts mehr? Bist nicht einmal vielleicht runtergekommen da? Dann versiegeln wir mal die Scheiße hier. Könnt ihr doch ruhig runterkommen, gell? Mal so ein Warenkampf. Dass wir uns hier mal so ein bisschen gegenseitig ausprobieren und testen, wer stärker ist. Ich will noch nicht Level 15, also ich muss noch ein bisschen leveln, aber sonst... Wir können ja mal einen kleinen Test machen. Bis wenigstens ich irgendwie schaffe. Gegen ihm. Und dann ist er noch einfacher als wir alle zusammen. Das wär's. Bis du da debat. Bis du da debat. Das wär... Das wär ein bisschen sehr hart. Das wär ein bisschen sehr hart. Wird ja so einfach weh. Nein, aber alle 50. Müssen wir sich, glaub ich, gut ausrüsten, damit wir einen kriegen. Und dann würde ich dann auch die ganzen Sachen upgraden, etc. Weil ohne irgendwas kannst du nicht reinhüpfen. Nein, nein. Ohne irgendwas kannst du nicht reinhüpfen. Oh, schmeckt. Oh, braucht ein bisschen zu lang. Er hat ein bisschen zu lang gebraucht. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Der hat wirklich lang gebraucht. Er spürt Feuer und Spein die ganze Zeit. sliced Lia. Der lebstige. Macht schon wiederadtfrei-Paiuzzu. An Scheissen geht der Hund. Der Hundhund. Kannst du den halt in die Ketten da aufschwingen und aufhören und uns aufhören? Boah, das wär's, Alter. Also, die Welt fällt mir hier schon immer besser und besser. Ich muss schon gedacht, die war schon gut, aber immer noch mehr. Das ist Wahnsinn, gut gemacht. Also, trotzdem, wie gesagt, da fehlt mir noch. Da fehlt mir noch so einiges, dass ich sagen kann, okay, Level 20 ist in Ordnung. Ich mein, 20 Euro ist in Ordnung. Da fehlt noch dieses, fehlt noch dieses gewisse Etwas, ich weiß nicht. Oder vielleicht erwarte ich mir einfach noch viel zu viel. Weil für ein DLC was eigentlich dabei gewesen wäre. Aber dann gut, in der Vollversion. Darf man vielleicht, müsste man vielleicht eher drüber hinwegsehen. Müsste ich, glaub ich, wirklich drüber hinwegsehen. Da werde ich mir aber das mal ganz kurz holen. Und dann mal das ganz kurz ausschauen, weil das finde ich mir sehr, sehr sexy. So, wenn ich mir jetzt aber auch interessiert bin, da ist sogar der Köbe. Das Köbe da, schaut mal sehr interessant aus. Und ich gern wissen, was da ist. Und ich wirklich gern wissen, was da ist. Wie der Bankreis? Sicher. Das war eh klar. Das war so klar. Aha, Schäfickerei. Schäfickerei. Hey, Bulli, 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 Bulli. Warte mal, warte mal. Geht man da auf Zeiten, oder? Ich drücke und drücke, geht man da nicht auf Zeiten, der Bastard. Oh, das wäre genau meine Chance wieder gewesen. Wie ist dieser scheiß Ballermann mal wieder am Start? Ja, der kann sowas von nervig sein, aber so nervig. Ja, da fällt mir wirklich ein Lastwecker. Bist deppert. Da ist dann wirklich ein Lastwecker. Ja, ich hoffe es tut weh. Ich hoffe es schmeckt. Ich wollte nicht viel weggekriegen. Ich fühle mich nicht weggegangen. Hör mal. Hör mal. Okay. Okay. Ich bin gerade ein bisschen in den Tisch gewesen. Das war aber nicht gerade viel. Es war nicht viel. Geht's aus, geht's aus, geht's aus. Ja, ja. Ich glaube, das sollte ich öfters... Das sollte ich öfters machen gegen ihr. Definitiv. Ich glaube, das ist eher so ein Schwachpunkt. Ja, mach's genau zu ihr. Mach's genau bei ihr. Genau den Unnädigsten warst. Genau beim Unnädigsten. Ein Mini-Kugel. So ein Trostpflaster. Aha. Also den hätte ich eigentlich auch nur schadensmäßig so machen können, dass ich eigentlich alle Handrat hätte. Okay, ja. Dann lass ich's mir einreden, warum der plötzlich so stark ist. Ich hab mir schon doch gehabt, der so... Bruder, ist die Waffe kaputt? Ist die Waffe kaputt? Wieso geht er nichts weiter? Und so wie geht er auch, kommt er. Ui, 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 ui. Äh, hi. Störe ich grad die Jungs? Wie das? Au. Au. Ich hoffe, es tat weh. Was ist passiert? Oh, oh, sorry, Tri-Boss! Wie beide gleichzeitig. Bast. Sehr gut. Ich hab's nicht mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber immerhin. Gefick. Alles da drüben, oder was? Ja, einmal da, dann da. Sag ich mal her. Ja, immerhin. Einmal eins. Ist halt wieder die Frage, wo das zweite ist. Da auch wieder so ein zweites bei der Seite ist. Hm, nee, 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 nee. Ah, da. Ah, da und? Könnte jetzt ein bisschen dauern. Da brauchen wir gleich mal eine Wasserpause. Müssen wir gleich mal eine Wasserpause machen. Aber meiner Meinung nach finde ich das trotzdem noch immer unfair. Ja, weil du triffst eigentlich damit kein Gegner. Meiner Meinung nach. Ja, manchmal, manchmal lasst du es zählen und manchmal wieder nicht. Einfach nur kritisch. Einfach nur kritisch. Das gehört aber, weil wir wirklich wissen, was da abgeht. Und würde ich wirklich gerne wissen, was da ist. Ob das irgendwas Spezielles ist, oder ob man sagt so, hm, ich weiß nicht, brauchen wir das, brauchen wir das nicht. Aber, das könnte sicher auch schon mal schmecken, die Kisten. Ähm, ja. Und wie sie geschmeckt hat. So verbittert. Und allein. Ja, ich glaube, das ist perfekt. Oh, das ist halt aber auch schon mal. Nicht mal so uninteressant aus. Bist du da? Zeig her, aber, zeig her. Was soll man denn das sexymäßige? Nee, 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 nee. Das ist nicht, man kann mal wieder mit. Das gehört dazu, das gehört dazu. Weil Drachenstahl, der ist finst hier. Jede Menge. Oh, mit ein bisschen Eis. Takt mal. Das finde ich schon mal gut. Das finde ich schon mal sehr gut. Bisschen Eis, takt mal. Das ist mal wieder was Neues. Also, dass man sagt, dass der ganze Bereich mehr als wie nur das Dunkle und das Feuerreich hat. Dass man da ein bisschen auch Eis hat und alles drum und dran findet. Das finde ich schon mal sehr gut. Hat schon mal einen fetten Pluspunkt bei mir. Muss ich dazu sagen. Die Welt. Also, das finde ich dann wirklich sehr, sehr gut. Fetten Pluspunkt. Definitiv fetter Pluspunkt. Danke. Hat mir klar noch einen von der Seite, oder? Wer bist denn du, Alter? Danke. Danke, dass du genau neid auf Ehren getroffen hast. Oh, sollte ich auch mal aktivieren. Ja. Sollte ich definitiv auch mal aktivieren. Da habe ich jetzt aber schön mehr gemacht. Biss deppert. Da ist er. 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 Geht schon mir. Geht. Ja, scheiße. Weißt du, das Mikrofon ist genau im Weg. Da kann ich nicht zu 100% sagen. Ah, okay, da. Deshalb ist es so. Oh, pippe für eine Nummer. Warte, machen wir gleich einen Wechsel, damit der eine oder andere. Hinnig ist. Wichtig und richtig. Na, komm her, Bulli. Komm her da. Einschlag, komm. Lass dich einmal noch schlagen. Hehehe. Ja, wenn du drauf reinfällst, was kann ich dafür? Oh, danke. Da kommt mir sogar noch entgegen. Das ist aber schon lieber, gell. Das ist aber lieber. Da kann ich mir schon vorstellen, eine Mitternachtssnake mit einem zu verbringen. Definitiv. So ein kleines Date-Unternacht. Definitiv. Definitiv. Gib. Gib. Er. Gib. Er. Gib. Er. Gib. Er. Oh, yes. Oh, yes. Ah, was macht der hier? Was macht die Missgeburt hier? Das kann doch ein bisschen lustig werden. Wie süß ist der plötzlich da. Er fickt mich einfach nur wieder. Er fickt mich einfach nur wieder. Oh, schmeckt. Ich bin zu gierig. Ich will ihn einfach nur wieder weg haben. Den Wichser. Oh, da haben wir was. Denk mir grad so. Wo ist denn der? Scheißdurch. Ausgenutzt. Ausgenutzt mir wieder die Schwachstelle. Voll in die Wampen. Voll auf die Wampen, Alter. Perfekt. Aha, wichtig und richtig. Na wort, die. Na wort, na wort. Ah, explodiert so heilig ist. Ah, das, das. Ah, da hätte ich mir eher Dach gehabt. Das würde jetzt ein bisschen mehr kosten. Oh, Alter. Oha, Alter. Der hat mich fix nicht erwischt. Der hat mich fix nicht erwischt. Na. Sicher nicht. Sicher nicht. Scheiß Bastard. Scheiß Bastard. Weißt du, da haben wir es jetzt grad so schön gehabt gegen ihn. Jetzt fickt er mich. Jetzt fickt er mich. Also richtig. Jetzt muss ich wieder aufs Feuer aufpassen. Nicht, dass ich wieder zu weit weg bin, gell? Weil sonst töten wir wieder nicht. Mhm. Ganz der Dank war das jetzt nicht so schmerzhaft für uns. Weil ich immer Dach gehabt so. Hm. Mit dem Feuer. Das kann nichts werden. Das war es mir wieder wert. Oh, schmeckt. Ah. Ah. Der hat wieder den perfekten Moment ausgesucht. Du scheiß Wichser. Weißt du, wie lange ich brauche das für so eine Attacke? Bis ich den mal wieder kriege? So ein Wichser aber auch. So ein Wichser. Geht's ja aus, geht's ja aus, geht's ja aus. Gumm. Gumm, 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 gumm. Ich glaube, das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Gäh, 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 gäh. Aber noch grad noch so hingekriegt. Aber grad noch so. Aber ich hätte mir nie gedacht, ob das der auch noch dazu kommt. Aber erst recht noch nach dem Ries. Nach dem Scheiß Ries. Hätte ich mir das nein gedacht. Nach dem Ries hätte ich mir das jetzt wirklich nicht gedacht. So darf ich wieder nicht durchgehen? Alles klar. Ist er wieder mal gesperrt, oder was? Fick dich. Oh, schmeckt. Schmeckt. Warte, da liegt noch einer. Der ist der Wichtigste. Genau der, der, was der Wichtigste ist, den habe ich nicht erwischt. War eh klar. Typisch. Hm. Hm-hm-hm. 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 Komm her da, Havara. Komm her da. So, ein Mal noch und tschüss. das geht doch level 40 schmackt ganz entspannt gönn dir die gönn dir wieder so spezialkisten aber damals spezial gegner mal wieder den ganz ganz tollen den ganz 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 toll nehm ich gleich fertig gehört was nehm ich da am besten irgendwas wo wir da ein bisschen so richtig mehr machen können schwachpunkt nehm ich doch lieber ja nehm ich diesmal raserei nehm ich diesmal raserei der ist noch auf Statue oder was der darf nur nicht der darf nur nicht loslegen oder wie bei ihm hole ich mir wenigstens so ein bisschen die Stärke was damit ich die ganzen Fähigkeiten aktivieren kann bei dem Wichser nicht zu voreilig nur nicht zu voreilig Ein bisschen was auf aciones Jetzt Einmal Zweimal Hat schon ein bisschen wehtun Aufpassen, blau Nein, wird gar nicht blau Geschossen Wichtig Oh, guter Moment Guter, sehr guter Moment Und jetzt einfach noch ein Gegner dazu Oh, wie Komm, 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 komm Ah, scheiße Geht sich nicht aus Fuck Es wäre wichtig wieder gewesen So, Flügelhaverer Komm, da auch noch Na, geh Na, geh, Alter So, Geflügelter Gefick dich Dann hole ich mir das einmal Wäre besser Einmal so ein bisschen In die Pappen Tschüss Ob jetzt Vielleicht nichts bringt Und Na, da war schon wieder die Gier Da war schon wieder die Gier Dass ich ihm schneller Heim dran kann Er kann es aber nicht schneller Super Jetzt kommt schon wieder die nächste Absche Von ihrem Blutsbruder Oder was Ferner Verwandter Geschlechte Ah War mir schon wichtig Nicht, dass das ich wieder schleicht Aber ich bin schuld Dabei schlage ich mich eigentlich relativ gut Muss ich sagen Das wäre halt nur geil Wenn ich ihn dazu bringen könnte Dass er die Dinger kaputt macht Das wäre halt geil Ich bin gut Ich bin wirklich gut Der ist gleich Schmeckt Schmeckt Den kann es jetzt aber schön geben Ja, wo noch für eine kurze Zeit Finde ich nicht leibernd Ich hätte mir gedacht Das hätte ich ihm so ein bisschen ordentlich geben Aber ist er Ein bisschen gescheit Oder sonst was Aber nein, einmal annähernd Nein, einmal annähernd Das sagst du Okay, passt Das zahlt sich jetzt wieder aus Ah, komm Das wäre wieder perfekt gewesen Geben, 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 geben Schatten doppelgänger Wisst ihr, was ihr zu tun habt Gibt es ja wenigstens ein bisschen An Schaden Aber Bisschen Springt mir da wieder weg Oder Jetzt muss ich wieder aufpassen Jetzt muss ich wieder aufpassen Sonst haut er mich wieder Hoppa Hoppa Runter Mit nie durch Danke Ja, das guck ich nicht mehr gerne Wenn das keiner braucht Er ist gerade erst frisch Frisch Meier gegangen Kommt einfach wieder Perfekt Perfekt Schmeckt Schmeckt Sonst könnte es ein bisschen Brenzlig werden Ein bisschen ist gut gesagt Ein bisschen ist wirklich gut gesagt Na endlich Ich hatte auch einmal was ausgespuckte Huren Das hört sich schon mal Noch etwas an Also da müssen wir dann einmal Level 50 werden Und dann Aber da müssen wir einmal auch schauen Die passende Ausrüstung und alles drum und dran Weil so können wir sich jetzt nicht anlegen So können wir sich nicht anlegen Na vergiss So kannst du es vergessen So kannst du es komplett vergessen Ah, du Ne, ok Das vergiss Ah, hab ich noch gekriegt Hab ich noch gekriegt Perfekt Taugt mir Taugt mir Hab ich wenigstens noch gekriegt Na schau, schau Oh Da hat es jetzt ein bisschen wieder was da Ok Sogar mit Fertigkeitspunkt Nice, nice, nice Heißt der Hüter der Nacht Neues Ziel Wieder neues Ziel Schattenfuß